Ich versuche, Kraft aus der Tatsache zu schöpfen, dass er es überhaupt geschafft hat und gehe weiter die Treppe hinunter zum Wasser. Auch hier zwei Bänke. Musig, schimmlig, abgeblätterte Farbe. Aus dem Papierkorb dazwischen quillt Müll heraus, schwappt auf den Pfad. Leere Coffee-to-go-Becher, der Wirtschaftsteil einer Tageszeitung, ein Joghurtbecher und sieh an, zwei Messer. Ja, Plastik, die Sorte, die man zum Picknick mitnimmt, für meine Bedürfnisse unbrauchbar, viel zu weich und biegsam, nicht scharf genug. Ich setze mich. Es riecht nach toten Fischen. Wie hat es hier ausgesehen, als Heinrich und Henriette ihre letzten Atemzüge taten? Über dem Wasser die Wannseebrücke, monoton brummender Verkehr. Links und rechts das Gelände der Sportvereine. Offene Türen in den Maschendrahtzäunen. Ich kann sie vor mir sehen, im Sommer, wie sie hier herumlaufen, geschäftig, mit dem Handy telefonierend, Kaffee und Zeitung lesend, denn auch in der Freizeit sollte man besser informiert bleiben. Meine Füße berühren Zigarettenkippen. Es bläst kühl über das Wasser, ich fröstle ein wenig. Ob ich es nun am Grab mache oder hier unten, das ist auch egal. Hauptsache, ich mache es endlich. Und irgendwie scheint es mir seltsam passend in der Nicht-Idylle zwischen Müll und totem Fisch. Ich stehe auf und gehe ein Stück zum Wasser hinunter. Ein paar spärlich belaubte Büsche, zwei dünne Bäume. Besser, als auf der Bank zu liegen. Falls sich die Niederländer doch noch entschließen, hier runterzukommen. Wenn ich am Wasser liege, sieht mich so schnell keiner. Ich hole das rote Messer aus der Tasche. Schweizer Qualitätsarbeit. Es liegt gut in der Hand, wie für mich gemacht. Ich betrachte nacheinander die Möglichkeiten. Korkenzieher, Pfeile, Schere, Zahnstocher und da ist sie, die Klinge. Sie ist schön. Ein bisschen rund und doch spitz und scharf am Ende. Ich setze die Klinge an mein Handgelenk, betrachte das Geflecht feiner blauer Adern.